Hallo, hier verkaufe ich nicht die Katze, nein, nicht die Katze, aber ich verkaufe die beiden Bilder, die sind handgemalt, jetzt kommt auch noch die zweite Katze, oh mein Gott, Bilder verkaufen ist schwer, habe ich euch das schon mal erzählt, da kommt garantiert irgendwer daher und muss dann gucken, ob alles richtig ist. Und das bei jedem Bild und dann wird es gefangen, toll, zack, zack, ich bin gespannt, ob das für gut befunden wird, ja, nochmal von vorne, liebe Leute, ich habe hier zwei Bilder zu verkaufen, frei handgemalt, nur mit Bleistift und damit die Konturen ein bisschen rauskommen, mit, ähm, so einem, nicht so einem Kugelschreiber, sondern Tintenschreiber. Jo, bin mal gespannt, was ihr zu meinen Bildern sagt, wie ihr die findet. Ich male schon seit meiner frühsten Kindheit, aber bis jetzt immer nur für mich oder für gute Freunde, mal ein Bild. Und wie ihr sagt, jetzt möchte ich die verkaufen, für einen angemessenen Preis, schlagt mir einfach was vor.